Heute. Morgen. Zwei Welten. Moderne Architektur heißt Bauen fürs Leben. Die Verwendung der besten Materialien. Die Schaffung der flexibelsten Designs. Inspiration von Natur und Technologie. Die Architektur von morgen heißt einen, nein zwei Schritte voraus zu sein. Die Natur ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie ändert sich nie, aber sie ändert sich dauernd. Natur bietet die perfekte Vorlage. Ihre Rohmaterialien sind die elementaren, traditionellen Bausteine. Von der Natur inspiriert, von der Technologie getrieben. Der König verbindet nun Tradition und Innovation in einem revolutionären neuen Konzept. PVC Holz Das Beste aus beiden Welten Entdecken Sie ein Material, das die Kraft der Natur mit der modernsten Technologie kombiniert. Entdecken Sie Twinsen, das Beste aus beiden Welten. Die DNA von Design, neu erfunden von der König. Bauen Sie heute Ihre Zukunft. Seien Sie ein Teil der nächsten Generation. ves K K Vielen Dank.